Es ist dem Feind gelungen, die Front in Breiterformation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marlsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. I'm gonna take him off his drone. Soon. I just can't bro. Oh, here we go. Charm. 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 Okay, here we go. I think that's it. I forgot if, uh, yeah, I'm not gonna, I'm not gonna win because his, uh, gapples. Dude, so much of the Twitter community is watching this stream. I'm gonna die. Dang it. Oh my gosh. What a good fight. Unless. Oh my goodness. Oh my goodness. I think I just destroyed my voice there. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Oh, chichi. It's me versus me while we fight. Fight. Is that you? Oh, we got it. Oh my god. Half a heart. Already shaken up after that fight against Dawson. I don't know about the fight against Wally. Is this actually, oh my god, I cannot believe it's coming down to this. Ready? Good luck. Have fun, my man. Alright. Here we go. Good luck. Are you? Have fun. Sorry if I'm quiet, guys. Alright, here we go. So this is my last gap right here. What? Oh my gosh. Good game. Holy. Again. Half a heart. Oh. Oh my god. GG. Oh. Oh. Es bleiben im Raum, Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl. Der Angriff Steiners war ein Befehl. Wer schickt sie? Das hier ist Martin. Sie mein Befehl. So weit ist das ein und Geld rum. Der Militär hat mich verlogen. Jeder hat mich verlogen. Sogar die SS. Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblicken. Die Stadt Feiglinge verreicht ein Versager. Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich. Die Generalität ist doch geschmeißen des deutschen Volkes. Sie ist ohne Ehre. Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammel hält. Jahrelang hat das Militär mal eine Aktion in Lumpen hielt. Es hat mit denen nur ein Widerstand in den Weg gelegt. Ich hätte gut daran getan, um jahrelang alle Höheroffiziere liquidieren zu lassen wie Stalin. Ich war nie auf einer Akademie und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert.